Na, dann gucken wir uns doch mal die nächsten Spiele an. Willkommen zurück. Was haben wir denn hier? Tekken 3. Ach wie schön. The King of Iron Fist Tournament. Enter Tekken. War das Teil 3? Überleg gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, ja. Ah, ja. Was war denn der Tekken Force Mode? Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Und... Oh. 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 Yoshi... Fight. Ha. Oh. Nah. Chicken 3 2 3 4 3 2 1 4 3 2 Chicken 4 3 2 1 Time Up! Game Over Das war Was war der Survival Mode? Eddie war glaube ich der Besoffene, ne? Den All D You lose! You need more practice! Team Battle Mode, das war lustig! Ich weiß gar nicht, ob die alle gleichzeitig geprüft sind. Ach nee, nacheinander war das, ne? Fight! ¡No! 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 ¡Lin Xiaoyu, RING! ¡Genau! ¡Fight! 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 Hmm. We shall you win! Fight! For its law, wins! Fight! Fight! For its law, wins! Fight! 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 Root! Arno! 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 For its law, wins! Ooooo! Oooooohhohoho! Tch, tch! FIGHT! Jinkazama wins! Fight! Jinkazama wins! Fight! Jinkazama wins! 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 FIGHT! Jinkazama wins! Kwanong Wins wir haben gewonnen das ist ja schön ja ok wieder mal ein bisschen was anderes sieht also nur dieses one on one dieser standard mäßiger gut dann gucken wir uns mal das nächste spiel an dort war tecken 3 so was haben wir jetzt hier tom clancy's rainbow six ach du meine güte und the year is 1999 the cold war has been over for more than a decade and for the first time in a half century the world is free from the specter of nuclear apocalypse it should be a time of peace and prosperity but all over the globe the embers of old animosities have been fanned into flame by the winds of freedom terrorism in the 21st century is an international industry money and expertise flow freely through the global computer nets and every type of weapon imaginable is available on the black market of the third world it has become harder and harder for the security forces of individual nations to combat this threat to the safety of their people what's needed is an organization with the resources and the authority to fight terrorism wherever it flourishes it would be composed of the best and brightest counter-terrorism experts from every country and armed with state-of-the-art weapons and equipment it would operate in absolute secrecy its existence known only to the most senior government officials it would attack swiftly and silently cutting off the head of the viper before it had a chance to strike such an organization already exists its code name is rainbow team america world police französisch italienisch oder englisch diese auswahl team america world offense and AUTO AIM ON! Ja sehr gut, ne, ist schon richtig. Wenn man auf einer Konsole zockt, ist AUTO AIM schon ganz praktisch. AUTO AIM ON! 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 Okay. Okay. Jetzt geht es ihnen hier rein, auch hier. Äh, hier. Wir können hier nach unten gucken. Hm. Okay. 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 Ja. Ich komme jetzt hier durch, durch die Tür, gar nicht. Hm. Egal. Das ist also Rainbow Six. Gut, dann gucken wir uns mal im nächsten Video die nächsten Spiele an. Bis gleich. Bye. 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 Bye.